Heiligs, Blechle und ich sind bereit. Auf in den Kampf! Wo sind denn jetzt die ganzen Ritter geblieben? Die haben doch nicht etwa Angst vor mir. Aha, hier habt ihr euch versteckt. Und jetzt du! Ihr könnt es ja gerne versuchen. Aber mit der Gewandung zieht euch lieber eine Rüstung an. So habt ihr keine Chance. Hast du eine für mich? Kann dir eine leihen, komm mit. Schön! Was ist denn das hier alles? Also wenn wir von oben anfangen, du hast hier die Kettenhaube. Ja. Deine Schulterpanzer, Brustpanzer, Rücken genauso. Hinten die Arme gepanzert. Unten deine Beinlinge. Und das Ganze wiegt? 40 Kilo. Okay, und damit kann ich jetzt kämpfen? Wenn du es kannst? Dann zeig mal, was mache ich denn jetzt? Am besten fangen wir mit den Grundschlägen an. Ja, lang zu! Jetzt wird Kraft! Ja! Siehst du aus, jetzt bräuchte ich es los. Dankeschön! Geht's? Wohl denn! Halt die Schläge unten! Moment! Das habe ich dir irgendwie leichter vorgestellt. Willst du mich immer noch herausfordern? Natürlich! Dann pengen an! Nein! Nee! Ah! Jaaaah! Naah! Eine Ausfahrt! Ah! Ah! Mein Schuh ist auf. Wollt ihr mich verspotten? Du Blechdose! Oh je, genau davor hat mich doch die Wahrsagerin gewarnt. Du musst deine Zunge hüten, du musst deine Zunge hüten. Dafür wirst du bestraft. Oh mein Gott. Was macht ihr Blechdosen jetzt mit mir? Sagt an, wes ist denn diese angeklagt? Ihr hört es selbst. Sie verspottet die Ritterschaft. Blechdosen! Blechdosen entzieht sie uns. Da sie die Ritterschaft verspottet, unflätig Wodka ausgestoßen, soll sie geteert und gefedert werden. So soll es sein. So soll man's tun. Nun walte deines Amtes, narr! Fall auf mit dem Quatsch! Ihr Blechdosen! Wart! Konservenböckchen!